Hallo liebe Leute und Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles China. Wir sind hier stehen geblieben und machen auch hier weiter. Gut, wir gehen jetzt hier mal durch. Schattengold, Assassinengold. Okay. Gut, das wissen wir ja schon, man darf nicht so schnell bei Vögeln sein. Sonst quiet, sonst vögeln die. Nee, hier, Pfeifen. Oder genau, halt das, was Vögel machen. Gut, den Attentaten wir mal. Ach, ich dachte, es klappt, aber egal. Ja, Pfeifen, die mal. Okay. Wurfmeister. Da geht's weiter. Ja. Ähm. Ach so, ja. Wurfmeister jetzt durch. Jetzt gehen wir hier mal durch. Nimm uns mal die Munition hier. Aber wir haben sowieso so Munition. Fah. Nein, 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 nein. Das ist technisch. Gut, die denken lassen wir raten. Gut. heute gibt es die leichte Szenen die ich finde ich jetzt schon getötet gut eigentlich klappt jetzt gerade der Plan würd ich sagen der ist auch mal tot das sammeln wir ein da komm ich grad mehr rüber ab ab gut der Fehler verstärken ne da hab ich mir nicht schon voll das bringt was tsch 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 ist vergessen was so zäh war ja Kontern, ne blocken wir nicht Gott das hab ich vergessen Ah nochmal an vorne den Mist den Attentat mit unserem Fuß ja immer so ein Messerfuß, das find ich übelst geil das will ich auch haben, immer nicht das ist mit dem Kohl gut jetzt weiter hopp verdammt das sieht mich immer aber gut da klebt noch hier hoch die da sind glaube ich die Sekunden schon vorbei gut oh ne sag ne mein Gott das geht ja gar nicht los runter los runter das sieht nicht dreht ich mal wieder um jetzt ist schnell los schnell den Attentat jetzt hier hoch das klappt hier halbwegs jetzt verstecken gut der dreht sich um machen wir hier jetzt ein Attentat auf ich oh ne ja das kämpfen ist hier wirklich blöd Bei C um zu blocken und dann zu schlagen ist das blöd. Nein. Die Völker will jetzt nur noch vom Verlieren sein, das kann ich jetzt schon sagen. Hä, wir wollen nochmal blocken? Keine Ahnung. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Äh, wir wollen auch C, oder? Das schreibt schon mal in die Kommentare, die man nochmal so kontern kontern. Jetzt gehen wir hier runter. Oh, ja. Hm. Ist ja tot. Jetzt ist er auch mal tot. Der auch. Oh, mein Gott. Das Spiel ist ja wirklich stressig, man. Okay, dann gehen wir hier runter. Nein. Versteck dich. Da ist der jetzt auch mal tot. Wir gehen jetzt mal da rüber. Ja. Von der Seite flankiert. Kann man hier hoch? Nein, kann man hier. Schade. Nein, nicht zu weit. Wir müssen hier lang. Jetzt du mal zu bewegen. Und... Tutte den mal. Hopp, hopp, hopp. Gut. Der ist mal tot. Und jetzt... Nein, nicht runter springen. Das klauen wir uns. Jetzt geht's weiter. Gut. Kriegerin Bronze. Tiefer geht's glaube ich noch. Nein, das wollte ich nicht. Ja, spring doch. Ja, zurück zum Spielen. Gut. Gut. Kriss Secret. Gut. 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 Ok, hier haben wir noch mal die Statistiken Ok, bestimmt lustig Gut, jetzt gehts weiter, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es ist Möge den Leid, Frau. The Templars are searching all ships and cargo. They're looking for us now. I know you can kill these lesser men with ease. But I would suggest you remain invisible. A ghost, until you find your target. Ok. So, wir haben ihn. Klettern jetzt hier hoch Und weiter geht's So So die sollen uns in die Hacke bewegen, weil die uns nicht hören Was Okay Schlechter anfangen würde ich sagen Gut, dann machen wir's nochmal Oh Wie soll die Sanz lautlos runtergehen? Aber egal Jetzt gehen wir los So ruhig Schnell runter Gut, jetzt drehen wir mal das auf Okay Oh, wir haben sogar Schattengold bekommen Gut, was ist hier? Achso, okay Was ist hier? Hier Hier Gut, diesmal haben wir es geschafft, den Kampf. Okay, jetzt klettern wir hier weiter. Gut. Hopp, hopp, hopp. Krieger-Bronze. Kriegerin-Bronze. Okay, und was wir mit ihm machen, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.